Hallo und herzlich willkommen zurück zur TTT in diesem schönen, abgefragten Krankenhaus und äh... Ach, das ist ein Krankenhaus? Wow, wow, das ist ein Krankenhaus? Der nächste, der auf den U-T-Tisch kommt, ist Cyberbot. Er kriegt eine Nasenverlängerung. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Nasenverlängerung. Nowoka24, Mr. Wanwa, Reba und Wappelkates Niklas. Niklas! Niklas! Joas! Ein wildes Niklas erscheint, töten. Oh, diese Map, äh, also... Puh. Hey, nicht der Gasmaske, mach der Gas, mach der Gas, mach der Gas, mach der Gas, mach der Gas. Da steht ein Pferd auf dem Flur. So, ich drück jetzt nochmal diesen Knopf. Wenn ich jetzt wieder sterbe... Er stirbt. Er ist gestorben! Er ist gestorben! Wo ist seine Leiche denn? Ey, aber seine... Er hat seine Sauter verloren. Glaub ich. Er hat schon wieder die Bananen aktiviert. Oh. Die sind doch noch gut, die kann man noch nicht drücken. Genau! Genau! Sind die wenigstens aus Chiquita-Bananen? Ja, natürlich. Ja, wir haben ihn noch nicht. Ja, Mensch, du sollst immer den Knopf drücken, damit wir sofort wissen, dass du tot bist. Das wird dann eigentlich, hm? Oh, Mann. Er ist richtig behindert dieser Knopf eigentlich. Du schläfst einfach instant. Ja, was sind Bananen? Ja, wow, toll! Opfer dich für die Bananen, okay! Ja, ich finde, das ist berechtigt. Okay, okay. Der Grey Smith Äpfel ist deine Äpfel und halt die Bananen daraus. Ich habe heute keine Grey Smith Äpfel. Ich habe in meinem Kühlschrank habe ich derzeit Golden Delicious. Ah! Wow! Ja, die richtig schönen gelben. Ist das Kunst? Oder kann das weg? Ist das Golden oder kann das weg? Ist es Niklas, dann ist es alles weg. Wow, Niklas! Niklas ist durchgedreht. Einfach so durchgedreht, der Niklas. Ist der gute Niklas. Das schafft es, ne? Ja, er ist tot. Und ich habe den Melonen-Luncher. Okay, wir drei sind... Also, Snail und Bananen... Dann ist es Reaper. Reaper, komm her. Er hat versucht, Snails abzuknallen. Oh, ne, das bist du, sorry. Das bin ich. Hä? Er ist hier durch. Könntest du mal... Ah! Die Leiche identifizieren, Davokka? Nein, das ist ein Deadringer. Er ist hier noch irgendwo. Ich frage wo. Oh, das war tatsächlich ein Deadringer. Er ist bei dir. Er muss bei dir irgendwie dagegen sein. Nee, nee, das war bei mir weiter weg. Da ist ja eine MP5. Mit fünf Schüssen, das ist ja der Knüller. Freundschaft. Na ja. Da habe ich auch schon bessere gesehen. Schon laufe ich gleich rein. Nein, lauf, lauf, lauf! Scheiß, Simon da. Da ist er ja. Ja, ey. Da war er. Ach, ja. Okay. Ich verstehe. Nein! Meine Knarre hat mich nachgeladen. Ich habe was gelernt. Drück niemals den Knopf! Chiquita will mich töten! Baut doch Chiquita Banama! Wie viel Geld kriegen wir jetzt für das Product Placement? Kommt drauf an! Wie viel zahlt Chiquita wohl? Keine Ahnung. Die haben uns nicht nötig. Ähm, dir bezahlen die doch drei Bananen pro Kiste. In was zahlen die, ist die Frage? Jaja, die bezahlen in Bananen. Ne, die bezahlen in Melonen. Ist doch logisch. Preparing! Puh, das sind natürlich harte Teile. Na, wot? Klopf drücken. Sonst war es erschossen. Na wo, da drunter ist so eine Klappe. Cyber! Ja. Möchtest du dieses Schrot haben dafür, dass ich deine MP7 hat nehmen darf? Danke. Ey! Wenn ich doch vorhin da rein! Ey, ist gar aufheben! Ich bin auf den Knopf gekommen, das war kein Achtung! Das war kein Achtung! Das war kein Achtung! Nein! Untersuch ihn! Nein, das war wirklich... Schieß mir einfach ab! Nein, Untersuch ich bin halt! Ähm! Oh! Das... Nein, schieß mir ab! Okay! Wie war das? Alfa! Ähm, Cyber! Cyberboard? Das war ein Messer! Cyberboard! Ähm, Cyberboard! Ich hab doch diese... Der T-Kollege hat abgeknallt! Na, wot? Ich meine, mein T-Kollege ist irgendwo! Und dann denk ich, mein T-Kollege ist irgendwo! Oh mein Gott! Du bist mein T-Kollege, du bist tot! Im Ernst! Ja! Ja! Aber das ganze Snake knallt! Na, wot? Ich steck Snake ab! Und die erste Reaktion! Äh, 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 äh... Da wollen auch mehrere Leute gleichzeitig durch sterben, können wir hier alle stehen! Genau! Ich spiel einfach nur noch mit B-A-S-D, damit ich ja nicht in die Nähe von der Maustaste komm! Okay? Das ist mit gemein! Oh mein T-Kollege fällt vom Laptop! Oh mein T-Kollege fällt vom Laptop! Oh mein T-Kollege fällt vom Laptop! Okay, weil Cyberboard läuft gerade hier wie in Gothic 3 rum. Ohne Fußbewegung! Okay! Na, wot? Der Schock! Wie geht das ohne Maus? Was? Du hast dich gedreht, wie geht das ohne Maus? Ja, okay, ab und zu. Okay, lass... Sie hat es auf das Num-Pad gedicht! Auf das Num-Pad? Nee! Das Num-Pad? Wenn ich tot bin, was? Nee! Gott! Merk ich mir! Warum sollt ich dich verfolgen? Nikas, warum folgt mich? Warum folgt mich in Niklas? Wir könnten mit diesen Dingen ein eigenes Bowling spielen! Bowling? 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 Stay is the traitor room! Stay is the traitor room! Ja, okay! Das könnte vielleicht ein Merkmal sein! Hä? Nehmen wir diesen Computer hier als Kugel! Warum lügst du sowas? Weil du hinter mir warst und jetzt auf einmal weg bist! Naja! Ich bin zurückgelaufen! Warte! Glück nicht! Ja, okay! Wer ist da? Das war auch eine Kugel, oder nicht? Ja! Das glaube ich nicht! Zählt doch! Ja! So, das muss ich eigentlich an den Kugel noch verbraten und dann nochmal nachladen! So, ähm... Was sind Nabokka und Reaper stehen hier so? Oh, der ist kein getarnter Snae! Getarnter Snae! Warte, was? Ich glaube ich nicht! Hier ist kein getarnter Snae! Hier ist ein Bunbar! Doch, doch, getarnter Snae! Der ist komplett unsichtbar! Nein! Au! Da ist jemand in die Falle gefallen, ne? Das ist jetzt scheiße! Krass! Ja! Mach doch doch die Tür auf! Will da rein! Ja, komm rein! Ah, nein! 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 Okay! Ja, ich glaube Snae ist Tee! Ich weiß, wie ich da aufkomme jetzt! Nein! Komm, mach auf! Ja! Snae konnte detektive! Ja, komm, mach auf! Komm, mach auf! Muss erst noch was erledigen! Dann mach ich auf! Ey, wir hast die Tür aufgekriegt! Freschheit! Sag mal so! Warum machst du sowas? Wieso haben wir eigentlich keinen gekriegt? Zu wenig Spieler! Eieiei! Das ist natürlich ein Kommentar, ein Statement! Hä, ich hab mich verlaufen! So, Traitor-Kollege, du musst hier reinkommen! Ne? Ich nicht! Hi, Wanwa! Hi, Salva! Ich weiß, dass ihr die Falle öffnen willst, wenn ich da langlaufe! Hi! Ja, genau! Ich melg mich selbst um! Du bist ein Genie, Wanwa! Ja! Nur mal so zur Info! Wenn nur noch zwei Leute leben, könnt ihr euch gegenseitig abknallen! Ja, aber es leben doch nicht nur zwei Leute! Äh, ja, stimmt eigentlich, über! Snae ist definitiv... Bist du Snae? So! Ja, aber es leben doch nicht nur zwei Leute! Ach, nein, er ist tot! Ja, ja, den hab ich ja erschossen! Au! Ja, dann nehmen drei Leute! Ja, dann ist es ja! Sag ich! Und wenn ich komm aus dem Traitor-Room, komm ich nicht raus! Weil ich kann den nicht selbst rauskommen! Ja, war klar! Ja, mein Gott! Kannst du einfach rauskommen? Ich mach dir die Tür sogar auf! Übrigens, Cybert, ja? Die Slams sind ja so in die Band gelegt! Weber! Komm raus! Sei fair! Geh mal rauf! Ja! Du sollst rauskommen, nicht rausschießen! Cybert, drück doch mal die Bananen! Na der Ernst jetzt? Hier kommt du jetzt wenigstens raus! Wenn ich dir schon... Wenn du Slams schon weggemacht hast! Wenn du rumgeisterst hier... Nein! Ne, ich hab das gemacht aus Taktik übrigens! Welche Taktik? Die war sinnlos! Hey, ich hab gewonnen! Snae ist tot! Ja! Das ist die beste Taktik überhaupt! Ja, genau! Snae ist tot! Ja, das tut die beste Taktik überhaupt! Ja, das tut die beste Taktik überhaupt! Du hast keinen Snae mehr am Hals und bringst alle Leute um! Hey! Beste Taktik überhaupt! Hier ist nichts! Außer einem Bett! Anna! Komm her! Nein! Meine! Meine! Drück den Knopf! Haar, warte! Ja, dann! Na, klopp! Kannst du denn? Na, klopp! Glein! Er ist tot! Ich hab gehofft dich mitzuarwischen! Ja, ich bin echt so noch weg gegangen, weil ich gewusst ist, du drückst jetzt zu dödeln! Oh, herrlich. Ja, dieser Knopf. Schaut auf! Bring dich zum Pferd. Oh! Was war denn das jetzt hier? Was war denn das hier? Da ist das Bett drin. Denken wir auf dem Spitz. Das ist mein Plan. Oder ist einer abgestochen worden? Komm, dann läuft mir. Dann suchen wir Leute, die abgestochen wurden. Alle, die abgestochen wurden, sie heben die Hand. Mr. Wanda könnte es gewesen sein. Was habe ich denn getan? Wow! Hm, die Spur führt zu dieser Tür. Wanda oder Reaper? Ihr seid beide! Meinst du? Ja, Wanda ist tot. Wir beide leben noch. Hallo? Hier glaube ich, dass du irgendwie hier nur bist. Ja, aber ich glaube hier nicht. Aber Reaper stehst auch auf mich. Wo bist du? Da wirft er mit Bananen. Ich glaube es hackt. Da hängt es doch genug Bananen. Wir brauchen nicht noch mehr. Bananen. Die Reaktion. Was war das denn jetzt? Wieso bin ich denn gelöst? Raus, rutsch du da raus! Ey! Wer rechnet denn mit sowas? Hey, Manni! Alter, mach dir die Tür auf, kommt raus! Oh, Manni! Boah! Manni! 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 Aber Snail drückt einfach... 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 Ich fand das voll cool. Ich hatte Snail zum ersten Tag. Ha, 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 ha! Drückt sich mal Snail selbst. Und bling! Ich fand... Ich fand so witzig, als Warblekicks hier lag und auf und sich dachte... Hm, der könnte jetzt Tee sein. Ich wusste schon, dass es ihr beiden nur sein könnte, aber egal. Ja, aber es halt... Na, du dachtest nicht. Du hättest ja auch das nur so anstehen können. Und nur einer von beiden. Ja, ich spiel auch gern was an. Dieser Bojack, ne? Irgendwie nervt dieses Pferd. Ja. Wofür ist das überhaupt gut? Das ist hier! Zum Wiern! Wow! Danke für diese Information. Dann werde ich sie gleich in mein Buch für die Nachwelt eintragen. Ob die Dinger wehtun, wenn sie explodieren? Hi, Manni! Ey, ein Mist hat man auch noch mal. Ob wir sie explodieren, ne? Eine ganz gefährliche Art. Eine Waffe aufheben. Eine Waffe aufheben. Und Snail stand daneben und hat nichts gesagt. Das leuchtet! Weil ich das nicht gesehen hab. Ich geh den anderen Weg! So viel dazu! Bleib hier bei der Tür! Bleib einer bei der Tür hier! Leicht die Tür! Zwei! Na die, wo ihr gerade standet! Achso, ja. Kann ich machen. Zwei Eingänge, das Ding! Alter, jetzt diese... Teile bewegen sich. Ja, das ist voll gruselig irgendwie. Nicht mit mir! Zwei Eingänge! Ach, das... Vielleicht sollten wir mal alle umbringen. Dann wach... Wie so ein Wackelpudding. Ein mieser Typ. Echt ein mieser Typ. Töte den Typ! 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 Das sind Brote! Das sind Brote! Wer hat Brot? Brot? Brot! Brot! Oder Teebrot! 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 Ich will mir einer von euch zwei Euro spenden! Nein! Ja, bestimmt! Äh... Auf Tee! Auf Tee! Deutsche oder Österreichische? Hey, drück den Knopf! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee, Reaper! Jeder der einen schlechten Witz hat, muss den Knopf drücken! Okay! Okay! Kinder, Mann! Okay, ich hab einen! Der gleich nen Permaheadshot! Also! Dieb klaut nen Kalender! Kriegt zwölf Monate! Rausen schießen sie! Krass! Na wo, K? Du willst ja nicht so erwacht haben! Was? Was ist denn? Snail ist tot! Wer hat ihn gekillt? Die Frage! Ähm... Wir zwei wahrscheinlich! Ich hab ihn mal als ersten gecallt! Ja, wir haben keinen D-Tip! Oh! Ja! Ja! Was gibt das denn jetzt? Einer von den Leuten hier drin ist definitiv! Nein, 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 nein! Ich bin da raus! Lass weg! Oh, da! Ähm! Der hatte... Fade! Okay! Au! Hä? Was? Sklaver! Hilfe, Hilfe! Alter! Alter! Du! 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 Huch! Sort of, ey! Alter! Ja, die seid ein bisschen OP! Du! Ja! Kurzer! Das ist ne Taktik! Ne Taktik! Keine Taktik! Mit der Neckers reinlaufen! Rumpalami! Bekloppt! Und dann sterben! Das ist keine Taktik! Das ist keine bessere Taktik! Das ist keine bessere Taktik! Wieso? Du wirst hier gestorben! Keine Taktik ist eh meine Ruhe! Das war alles! Alles ist ne besser Taktik als deine Taktik! Hm... Keiner sagt was! Das ist Zustimmung! Ich drück den Knopf noch vor! Preparing in der... Äh! Return to your true nature! Äh! Wett! Äh! Und... Neck! Da! Hmhm! Hmhm! Oh! 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 Da ist einer gestorben! Ja! Der ist Swing! Äh! Und Zyro Bot ist einfach vorbei gegangen! Achso! Du hast Niklas gehört! Okay! Das... Glaube ich dir nicht! Zyro Bot! Ich hab grad die Bananen... Zyro Bot ist sehr verdächtig! Sehr verdächtig! WTF! Zy... Zy... Ach komm schon. So, wer lebt das noch? Ach, ein Reaper. Und der Trigger da auch noch. Und der ist im T-Rauch. Alter komm auf den T-Rauch. Finde ich. Snail. Irgendwie bin ich ausgerechnet mit der Sorge auf Wohren schaffen. Cyber, warum... Hä? Ja, weil ich Snail auf mir gehört und hab die mitgeschlossen und dachte, ich möchte das gar nicht auch schon gleich drauf. Hä, warum hast du in Snail umgebracht? Ich hab dich deswegen für den Trigger gehalten. Was? Nun sollst du verdächtig was. Ich hol mir ne Waffe und er... Ja, der ist es. Ja, ich kann ja auch den Team mit der Faust umbringen. Dauert dann halt nur 5 Schläge. Ich hab... Hä, ich hab so sehr viele Sorge. Normalerweise gibt's da einen Zepf dazu wenn du generell um dich schießt. Wo sind viele Sorge? Wo sind viele Sorge? Wo sind viele Sorge? Geht dich nichts an? Wie jemand mit Sorge? Na woか. Ich habe sie weggeworfen, nein, hau ab. Ich weiß, du bist mein Tee-Kollege, aber hau ab, ja, hau ab, sonst machen wir Taktik, du stirbst sonst. Ich habe mir nur eine Sort of Geholt. Du bist zwar mein Tee-Kollege, aber... Na, Boka, ich trau dir nicht. Hör auf auf mich zu zielen. Wie Saiba einfach durch diese Runde ein Viertel Karma verloren hat. Ich kann aber mit einer Diegel nicht umgehen, das ist mir scheiße gar nicht, wenn du die Kleine kriegst. Bitteschön, dankeschön. Best Karma ever! Niklas, guck mein Karma, das ist das Beste! Selbst schuld. Und meins ist kaputt, weil dein Skull ist. Was macht der Tisch da? Du hast nur deine Aggression rausgelassen. Ja, ganz normal, Alter, macht doch jeder. Hör auf die Eier, wunderbar. Da kommt mir einer entgegen, da kommt mir einer entgegen, halt. Hi. Mein Tee-Kollege ist ja hier. Hi Snail, hi Snail, hey, hey, hi Snail. Sag mal, darfst du dich umbringen und dann wiederbeleben? Hey, was geht ab bei dir? Irgendwo hier ist jemand tot. Würde dich umbringen und dann wiederbeleben. Ist das okay? Harry, hast du ne Leiche bei dir drin? Er ist mein Target. Was ist dein Target? Ah! Das finde ich nicht in Ordnung. Davon sind Slams. Wo? Wo? Bei dem Typen, der da drin ist. Da drin ist einer mit Slams. Ah! Wusste ich doch. Okay, das war... That was easy, Weaver. Nein! Erledigt. Wie konntest du die überhaupt da wegschießen? Wie ging das? Gar nicht, ich hab nur die Tür aufgemacht und dadurch hat der Sensor... ...unterbrechen wirkt. Alternativ hätten wir Sachen reinwerfen können. Alter! Also, ich bin konfert. Ich hab... Ich hab ne Leiche gefunden gerade. Nee. Ist tot. Ich glaub, Cyber hat den umgebracht, oder? Wanwar verarschlich. Wieso? Ich lauf wieder in Ruhe. Cyber könnte sich duellieren. Was soll ich kontrollieren? Duellieren! Cyber und Wanwar. Ja, das können wir machen. Boah, ich hab auch keinen Bock auf dich, Mannwarf. Ich mach mir echt leid. Da ist Cyber. Echt? Ah! Friendship! Er hat einen Friendship geschlossen. Oh, Gottes Willen. Boah, das ist schlecht. Wo ist der Ding, der soll denn eigentlich durchgehen? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufe. Ah. Bleib lieber stehen. Oh, das ist nicht Cyber. Mann! Fakt ist das ja nur ein Kranz. Du hast mich kein bisschen getroffen mit dem Ding. Außer waren wir zu zweit gegen dich. Nein, die Bananen gehen nicht im Mount over. Also wirklich. Was? Na, wo du warst mir nächste Target? Wo warst du? Neben dir. Ja. Hör auf! Irgendwo wegzustehen, wenn du Target bist. Das ist echt cool. Ich hab Snee einfach gestalkt, bis ich ihn dann dort endlich doch mal töten dürfte. Das ist der Sinn, der Hit beim Mob, ne? Ja, zwei Stunden lang. So lange du belästigen, bis er mal alleine ist. Und dann Abbruch. Genau. Wow. So, wer hat sich jetzt in der Bananen getötet? Oh, diese Bananen, ey. Die UFO-U-Sachen immer so ein Mega-Leck. Haha. Weißt du, was mir grad aufgefallen ist, lieber? Wie ist das Alter auf dieser Map, nachdem er aufgehört wurde? Prop Disguiser. Aua! Du müsstest dich mal als Prop Disguiser in diesen Bananen verkleiden. Geht das? Hey, kauf dir einen Prop Disguiser und versuch das. Ich kann nicht töten. Snee, du bist T. Nein! Nein! Wie sie grad noch drüber gegangen ist. Was? Sie ist grad ja gestorben. Was? Einer ist im T-Raum. Oh. Teilweise ist da grad rausgekommen. Mr. Traitor, kommen Sie bitte aus dem T-Raum raus. Mhm. Das ist nämlich nicht nett, was die hier veranstalten. Habt mal einer C-4! Wand ausrennen. Guck mal ein C. Wann geht er raus? Warte auch wieder die Tür auf Zeitpunkt. Nein! 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 Alle einfach! Einfach alle! Einfach alle! Doch jetzt komm ich hier nicht mehr raus aus dem Room. Das wird natürlich traurig. Wer ist in die Grube gefallen? Keine Ahnung. Ist einer reingefallen? Ich bin reingefallen. 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 Wann wurde veracht. Von einem Loch. Ich glaub Wann hat eingelochten. Sei mal Bord. Gott! Gott dammit! Noch flacher geht's nicht. Warte ich geh zu der Banane. Ja bitte. Nein ich geh nicht mit so der Banane. Das schaff ich nicht mehr. So. Der C. kommt sich jetzt bitte einfach mal ganz kurz zum Prop Disguiser und mach dann die Bananen an. Gib mir den Prop Disguiser. Ey das... Ja der eine C. soll bitte die Bananen auslösen und der andere soll sich verkleiden. Genau. Ich bin im Täterraum. Yay! Na wo ist das? Na wo ist das? Drück bloß nicht auf den Knopf in der Mitte. Warum nicht? Doch drück mal. Danke. Geht das Ding nur einmal auf? Ja. Echt? Ich kann mich hier entspannen. Krass. Füße hochlegen. Ja eigentlich schon. Du weißt wenn in jemand reinkommt das ist Tee. Du bist sicher. Ja. Das ist ein Traum. Die bringen dir einen Pfefferminztee. Kann ich jemanden treffen hier durch? Äh. Oh, 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 oh. Stell war's. Stell ist dir nicht schießen da wo? Wann war er? Wieso hast du ihn umgezogen? Weil er Twitter war und eine... einen Speer an der Hand hatte. Stehst du da nach oben? Ja du fing geschossen. Warst du da? Wo ich jetzt den schieß? Ne ich stehe jetzt hier. Wo? Schieß nochmal. Habt ihr das mitbekommen, dass sich jemand, ein Schüler beim Sportunterricht mit einem Speer aufgespießt hat? Ja. Ja ich hab's mitbekommen. Der hat sich wo aufgespießt? Der hat sich jemand beim Speerwurf aufgespießt. Das ist in der Stadt wo ich früher gewohnt habe gewesen. Da wollte er wohl Schachstück machen. Wo hast du das gelesen? In der Bild glaube ich. Ich hab's auf einer Website gewesen. Ich hätt sein können, dass du die hast. Ähm. Niklas! Hey! Wird draußen einer abgekriegt? Ja das ist ein Niklas. Der T war dann drauf. Okay. Weißt du da kommt so jemand mit ner Minigal raus? So ganz entspannt redest du halt verfeiert. Hallo! Ich hab's mitgegangen auf Schießen als wär nix. Nein! Mit die Schöne mit. Mit die Schöne von da von draußen. Egal. Man ich dachte ich hab ich hätte jetzt Wander mitgenommen oder wer auch immer da vorbeigelaufen ist. Weiß ich nicht. Nö schauen wir nicht. Da hat jemand den Knapp getrunken. Leute! Was denn? Dieses Ding macht bei mir zwei FPS Leute. Bitte! Wenn nicht gut. Ach es reicht schon wenn ich direkt am Anfang der Runde mega miesen FPS habe. Dann bräuch ich den auch noch nicht und rat noch mal. Special effects. Ah steck ein Pferd auf dem Flur. Hey! Durch durch! Wenn das Ding auslöst bringt sie dann wenigstens keiner mehr um. Ich hab... Wo ist jetzt dieses Pferd? Ich seh das immer noch nicht. Wir schützen... Es gibt kein Pferd. Ja wo... Wie entsteht das dann? Das ist die Tür. Die Quietsch wie ein Pferd. Fertig. Hallo! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wie war es? Ah! Er ist noch nicht tot. Ach! Anil! Ah! Ist er! Doch ist er! Und zwar, was ist das? Ey! Na wucke! Ah! Nein! Nein! Nicht Plasma! Wow! Oh Gott! Die Pump-Shutgun war perfekt! Ah! Aber du gehst und denkst, du Blutlache! Okay! Alvin, was hast du auf mich geschossen? Puh! Pump-Shutgun! Ich hab dir auch mit der Striker direkt in den Kopf geballert! Warum reckst du eigentlich nicht? Weil die Pump-Shutgun die stärkste Shutgun ist. Das glaubt nur keiner, weil die so scheiße lahmarschig ist. Ich hab gleichzeitig auch mit der Pump auf Cyber geschossen, weil er mein Ziel war. Ich hab ne Shogu! Doppelte Shotgun! Ich hatte Wabbel als Ziel! Ja, ich hab's nicht ausgelöst! Warte mal! Ist es möglich, dass zwei Trader dasselbe Target haben? Nein! Okay, gut! Niklas hat schon in deinen FPS! Niklas hat schon in deinen FPS! Ist das schon wieder die Doofe? Ja, das ist die Doofe! Oh, Winchester! Oh, Winchester! Winchester mit DIGEL-Immo! Nice! Winchester! You got Winchester! Oh, ja! Anwar! Ja! Komm mal her! Nein! Snail, warum schießt du da hin? Oh Gott, ein Zerrobot! Ah! Hi! Fünf, zwei, drei, sieben, fünf! Ist das ein Code? Tanz! 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 Ah! Ist nicht nervig! Das nervt überhaupt nicht! live vorgeven! ��ax! Ich hab αποfiegt! Na prton!" Wah truth! hangs! Ich hab einfach nur eh Spam von der Tür aufgemacht! Alter, weißt du was was ich machen würde wenn das ging? Ich würde einfach 10.000 von diesem produkt eklöpfen da vorne spammen. bei den bananen das war ich jetzt aber nicht ich bin bei dem reaper ich bin so nicht das kann er durch den hebel gelaufen der gott durch den ehrenkampf was war das wer war dick wer hat da die granate in der hand was geht was ich gerne hier dort das heißt es hier genauer aufgaben die klasse wenn du den twitter chat nutzen willst das war so ein kleiner fail Mit diesem Fall auf Wiedersehen und schaut wieder vorbei. Tschau.